Moin Moin und herzlich willkommen bei meinem Fußballtraining mit euren Trainer aus Leidenschaft Mike Stolzenberger. Ja, heute habe ich eine schöne Passrunde mit Diagonalbällen und mit dem Pass über den Dritten, wie ihr hier seht. Nicht nur das, sondern auch so kleine Koordinationsstationen in der Mitte, das könnt ihr natürlich selber variieren. Ja, hier seht ihr den Ablauf verlangsamt mit dem diagonalen Pass, dem Klatschen lassen und dem Pass über den Dritten steil zu schicken, der dann wieder in die Mitte passt, wo dann eine Koordinationsstation aufgebaut ist. In dem Falle jetzt kleine Hürden, wo sie rüberspringen können. Das könnt ihr aber allerdings auch anders gestalten. Ja, das zu dieser Übung. Ja, ihr könnt natürlich auch weitere Übungen in dieser Form machen. Hier eine ganz einfache Passübung, wie ihr jetzt hier seht. Ja, schön, dass du mit dabei warst wieder mal bei meinem Fußballtraining. Ich freue mich schon aufs nächste Mal mit dir. Bleib mir treu und lass doch mal ein Like da. Ich würde mich freuen auf euren Zuspruch. Dein Trainer aus Leidenschaft Mike Stolzenberger. Stolzenberger.